Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frank Tressel und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten das 90-10-Prinzip von Stephen Covey vorstellen. Was ist das Prinzip? Nun, ganz einfach. Es besagt, dass 10% des Lebens aus dem besteht, was einem zustößt und 90% des Lebens aus dem besteht, wie wir darauf reagieren. Das hört sich ja sehr, sehr einfach an. Aber was soll das denn bedeuten? Wir haben absolut keine Kontrolle über 10% der Dinge, die uns täglich zustoßen. Wir können manchmal nicht darüber entscheiden, wann wir einen Unfall haben. Manchmal entscheiden andere Menschen darüber. Der Abflug verschiebt sich und verwirft dadurch unseren kompletten Zeitplan. Über diese 10% haben wir keine Kontrolle. Mit den anderen 90% sieht es jedoch anders aus. Darüber bestimmen Sie. Wie? Durch Ihre Reaktion. Sie können nicht kontrollieren, wenn ein rotes Licht angeht. Ihre Reaktion darauf. Die können Sie kontrollieren. Lassen Sie sich bitte hier nichts anderes einreden. Sie sind kein pavlovischer Hund der Umwelt. Mein Beispiel dazu. Sie sind gerade bei einem Frühstück. Ihre Tochter verschüttet eine Tasse Kaffee über Ihren neuen Anzug. Mit Ihrer Reaktion entscheiden Sie über das, was jetzt passiert. Sie fluchen. Sie beschimpfen Ihre Tochter aufgrund des Missgeschickes mit scharfen Worten. Sie bricht in Tränen aus. Nachdem Sie mit Ihrer Tochter fertig sind, ja, das tun Sie das Gleiche mit Ihrer Frau. Schließlich hat sie ja die Tasse zu nahem Tischrand stehen lassen. Eine kurze und heftige verbale Auseinandersetzung folgt. Sie stürmen nach oben und wechseln ihren Anzug. Unten weint Ihre Tochter weiter und macht sich deshalb nicht rechtzeitig für die Schule fertig. Ihre Tochter verpasst er durch den Bus. Ihre Frau verlässt das Haus und eilt zur Arbeit. Sie hetzen zum Auto und fahren Ihre Tochter in die Schule. Weil Sie zu spät daran sind, fahren Sie in einer 30-Kilometer-Zone über 20 Kilometer zu schnell. Mit 15 Minuten Verspätung und als stolzer Besitzer einer 80-Euro-Geldbuße kommen Sie an der Schule an. Ihre Tochter rennt in das Schulgebäude, ohne sich von Ihnen zu verabschieden. Nachdem Sie mit 20 Minuten Verspätung auf Arbeit angekommen sind, merken Sie, dass Sie Ihre Brieftasche vergessen haben. Ihr Tag ist schlimm gestartet und jetzt wird es scheinbar nur noch schlimmer. Sie freuen sich auf zu Hause. Als Sie zu Hause angekommen sind, merken Sie, dass irgendwas mit Ihrer Tochter und mit Ihrer Frau nicht stimmt. Herr, beide zanken. Warum? Wegen Ihrer morgendlichen Reaktion. Warum glauben Sie, heute einen schlechten Tag erwischt zu haben? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. A. Es hat Ihre Tochter verursacht. B. Es hat der verschüttete Kaffee verursacht. C. Es hat die Polizei verursacht. Und D. Sie waren es selbst, der es verursacht hat. Die Antwort aller Antworten ist D. Über das, was mit dem Kaffee passierte, haben Sie keine Kontrolle gehabt. Genau die 5 Sekunden Ihrer Reaktion waren der Ursprung Ihres schlechten Tages. Wie wäre denn die ganze Angelegenheit besser abgelaufen? Der Kaffee ergießt sich auf Ihren Anzug. Ihre Tochter fängt gleich das Weinen an. Sie sagen behutsam. Schon okay, Schatz. Sei einfach das nächste Mal etwas vorsichtiger. Sie greifen sich ein Tuch und gehen nach oben, um sich umzuziehen. Im Runtergehen greifen Sie Ihre Brieftasche und sehen noch rechtzeitig, wie Ihre Tochter den Bus zur Schule erreicht. Sie dreht sich um und winkt Ihnen zu. Auf Arbeit kommen Sie 5 Minuten früher an und grüßen freundlich die Angestellten. Merken Sie den Unterschied? Nochmal, wir haben absolut keine Kontrolle über 10% der Dinge, die uns täglich zustoßen. Ich möchte Ihnen gern mal ein Beispiel geben, wie das 90-10-Prinzip im täglichen Leben angewendet werden kann. Verhält sich eine Person negativ Ihnen gegenüber. Dann seien Sie kein Schwamm, der alles in sich aufsaugt. Das Ganze soll an Ihnen abperlen, genau wie es das Wasser tut, das auf Glas verschüttet wird. Negative Kommentare werden Sie nicht berühren. Reagieren Sie angemessen und der Tag wird Ihr Tag bleiben. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen im Straßenverkehr die Vorfahrt genommen wird? Kochen Sie vor Wut? Hauen Sie auf das Lenkrad? Fluchen Sie? Steigt Ihr Blutdruck ins Unermessliche? Wer kümmert sich darum, wenn Sie mal 10 Sekunden zu spät auf Arbeit sind? Ich glaube niemand. Erinnern Sie sich in diesen 10 Sekunden an das 90-10-Prinzip und bleiben Sie ruhig und entspannt. Ihnen wurde gesagt, dass Sie Ihren Job verlieren werden? Warum jetzt ausflippen und sich darüber ärgern? Sie werden das schaffen. Nutzen Sie die Energie, die das Sorgenmachen kostet für die Suche nach einer neuen Anstellung. Der Flug verspätet sich und zerhaut Ihren kompletten Tagesplan. Warum mit der Stewardess darüber streiten? Sie hat keine Kontrolle über die Ereignisse. Sie haben die Zeit, sich Ihren Unterlagen zu widmen. Zeit, um andere Fluggäste besser kennenzulernen. Warum sich aufregen? Das macht die Dinge nur noch schlimmer. Sie kennen das 90-10-Prinzip? Wenden Sie es an und Sie werden überrascht sein von den Ergebnissen. Das 90-10-Prinzip ist ein tolles Werkzeug. Leider kennen es die wenigsten und noch weniger wenden es an. Resultat? Probieren Sie es bei sich selbst bitte mal aus. Millionen von Menschen leiden an Stress, Ärger, Kopfschmerzen und noch an vielen Dingen mehr, die im Grunde genommen nicht sein müssten. Wir alle sollten das 90-10-Prinzip kennen und anwenden. Es vermag ganze Leben zu ändern. Genießen Sie es. Ihre Willens und Vorstellungskraft wird Ihnen helfen, diese positiven Erfahrungen zu machen. Alles, was wir tun, geben, sagen oder aber auch nur denken, funktioniert wie ein Bumerang. Es kommt zu uns zurück. Gebe und dir wird gegeben. Deine Hände mögen leer. Dein Herz voll von Liebe sein. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg bei der Anwendung des 90-10-Prinzips und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Also, bis dann, Ihr Frank Dressel.